Ein Wohnmobil für jeden Urlaub immer wieder mieten oder doch fix kaufen? Eine ganz, ganz schwierige Frage und wenn euch meine Gedanken dazu interessieren, dann schaut euch einfach dieses Video an. Hallo, Entschuldigung! Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um eine ganz, ganz schwierige Frage und zwar Was ist besser, sich für jeden Urlaub immer wieder ein Wohnmobil mieten oder doch lieber sein eigenes kaufen? Und warum ich dieses Video heute bringe, ist ganz einfach, weil mich ganz viele Leute von euch angeschrieben haben, auch immer wieder in den Kommentaren fragen, Markus, was würdest du uns empfehlen? Und gleich mal vorneweg, ich kann da niemandem pauschal was empfehlen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, da muss man verschiedenste Aspekte beleuchten und angucken und ich möchte euch heute einfach mal meine Gedanken näher bringen und auch meine Erfahrungen zeigen, wie ich das alles gemacht habe, damit ihr euch da vielleicht ein bisschen leichter tut, euch eure eigene Meinung zu bilden. Ich habe dieses Video natürlich wieder in mehrere Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt geht es einfach mal um die Vorteile der Wohnmobilmiete. Im zweiten Teil gucken wir uns dann mal die Vorteile an, die ich sehe, wenn man sich ein Wohnmobil kauft. Im dritten Teil schauen wir dann einfach mal wirklich so eine kleine Kostenrechnung an und im vierten Teil, und das ist wahrscheinlich der wichtigste, möchte ich euch einfach meine eigenen Erfahrungen schildern und noch so zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben. Also dann lasst uns mal auf die Vorteile gucken, wenn man sich ein Wohnmobil für jeden Urlaub immer wieder neu mietet. Da fällt mir natürlich ganz am Anfang für euch alle vollkommen klar auf, ich habe keine Investition in ein Fahrzeug, vollkommen klar. Der nächste Punkt ist, ich habe natürlich auch keine Instandhaltungskosten, also sprich Servicekosten und so weiter. Auch, glaube ich, ein Riesenvorteil, weil es halt auch ein Faktor ist, den man nicht so wirklich kalkulieren kann. Der nächste Punkt, der auch ein bisschen damit einhergeht, ist der Punkt, dass ich natürlich auch keinen Unterstellplatz brauche für mein Wohnmobil oder Stellplatz, je nachdem, wo ihr euer Wohnmobil unterbringen wollt. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst eins kaufen, dann müsst ihr das ja auch irgendwo hinstellen, wenn ihr es nicht benutzt. Und das ist natürlich beim Mieten auch ein ganz klarer Vorteil. Und was auch klar ist, ihr habt keine laufenden Kosten wie die Versicherung, die Steuern und all diese Themen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen vom Geld weg. Das nächste Thema, das ich auch super spannend finde und als einen ganz klaren Vorteil sehe beim Mieten eines Wohnmobils, dass du natürlich nicht die Arbeit hast mit der ganzen Pflege des Wohnmobils, denn du musst beachten, du musst das Wohnmobil natürlich immer wieder grundreinigen, wenn du es besitzt. Du musst es winterfest machen, du musst es für den Sommer wieder vorbereiten. Also da hast du ständig Arbeiten und die fallen natürlich weg, wenn du das Wohnmobil immer mietest. Einen ganz, ganz großen Vorteil bei der Miete eines Wohnmobils sehe ich daran, dass du, je nachdem, wo du wie mietest, immer das aktuellste Fahrzeug hast. Sprich, du hast, wenn du bei einer großen Autovermietung oder Wohnmobilvermietung ausleisterst, in der Regel Autos, die nicht älter als ein Jahr sind. Und das ist natürlich bezüglich Garantie und so weiter alles richtig cool, weil du in der Regel immer Fahrzeuge hast, wo alles tiptop funktioniert, wo du die neuesten Sachen ausprobieren kannst, wo du die neueste Technologie verarbeitet oder verbaut hast. Das kann richtig Spaß machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du natürlich in der Lage bist, dir genau das Fahrzeug zu mieten, das du haben möchtest und ausprobieren möchtest. Sprich, es gibt ja auch ganz, ganz viele private Verleihaktionen. Es gibt so richtige private Verleihbörsen. Ich blende da auch noch mal ein paar ein, damit ihr da auch mal ein paar seht. Und da könnt ihr genau sagen, hey, heute möchte ich zum Surfen mit dem Bulli an den Strand fahren und danach will ich vielleicht mit den Alkofen und der Familie in den Winterurlaub fahren. Also je nachdem, welche Touren ihr vorhabt, könnt ihr auch das entsprechende Auto aussuchen und das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz toller Punkt. Die Vorteile beim Kauf liegen für mich auch auf der Hand. Ich kann zum einen einfach den Grundriss mir rausholen, der mir am besten entspricht und der mir am meisten Spaß macht. Ein kleiner, aber vielleicht auch feiner Vorteil ist beim Kauf, dass man sich keine Gedanken um sein Haus hier machen möchte. Wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, mag das nicht unbedingt bei jeder Vermietung erlaubt sein. Bei meinem eigenen Wohnmobil ist das mein Ding und ich kann meine besten Freunde immer mitnehmen. Einen weiteren Vorteil sehe ich ganz klar bei meiner Reiseplanung, denn weder bei den Kilometern wird mir jemand dazwischen funken, noch bei den Ländern, die ich bereisen möchte. Auch das müsst ihr beachten, wenn ihr Fahrzeuge mietet, kann es natürlich sein, dass man euch auch vorschreibt, in welche Länder ihr fahren dürft und in welche ihr nicht fahren dürft. In der Regel ist es aber so, dass man hier in Europa auch alle europäischen Länder bereisen darf. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass du immer deine Ausstattung dabei hast, die du kennst, die du magst und die deinen Wünschen entspricht. Das fängt beim Fernseher an und hört aber auch wirklich beim Esslöffel, beim Eierbecher, beim Kochgeschirr auf, bei den Handtüchern etc. Das ist alles dir vertraut, du weißt, wo es ist und das ist einfach deins, das ist so wie in deiner Wohnung zu Hause ja auch. Also du musst dich da nicht mehr zurechtfinden und das leitet mich auch gleich über zum nächsten Vorteil. Du weißt, wie du alles bedienst an deinem Fahrzeug, ob das jetzt der Frischwassertank ist oder der Abwassertank, ob das die Markise ist. Was auch immer du alles an deinem Fahrzeug hast, wenn es deins ist, ist dir der Umgang damit natürlich vertraut. Und jetzt komme ich aber zu meinen, naja, ich würde mal sagen, wichtigsten Vorteilen beim Kauf eines Wohnmobils. Zum einen weißt du natürlich immer, was war, wo, wie drinnen. Ich spiele zum Beispiel auf die Toilette an, ich spreche auf das Bett an, ich spreche vor allem auf den Frischwassertank an. Das sind also ganz, ganz wichtige Themen, finde ich. Da weiß ich genau, was ist damit passiert, was war davor in den Tanks drinnen. Da fühle ich mich einfach wohl und mir ist sowas zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, naja, dann darfst du dir aber auch nur noch ein neues kaufen und kein gebrauchtes. Nein, das sehe ich nicht so, denn beim gebrauchten Fahrzeug kannst du einfach gewisse Grundreinigungen machen, kannst du zur Not auch die Toilette austauschen oder die Matratzen austauschen, wenn du dich da wohler fühlst und dann ist das wieder deins und du weißt, wie du damit umgegangen bist. Das ist natürlich schon eine Geschichte, da ist jeder unterschiedlich sensibel, aber für Leute, die da schon etwas mehr sensibel sind, wie ich es auch bin, ganz offen zugegeben, dann ist das natürlich ein ganz klarer Vorteil. Den größten Vorteil sehe ich aber natürlich in der Flexibilität. Wenn das Ding vor deiner Haustür steht, dann bist du viel spontaner. Das ist ja eigentlich die Freiheit, die du dir im Prinzip mit so einem Wohnmobil vorstellst, die du damit auch verknüpfst und das führt dich auch zu ganz vielen Erlebnissen, meiner Meinung nach, die du anders einfach nicht hättest. Das sind also die Vorteile, die ich sehe, wenn man sich ein Wohnmobil selber kauft und jetzt würde ich sagen, leiten wir mal über in die Kostenrechnung. Bevor wir jetzt zu einem Kostenbeispiel oder zu einer Kostenrechnung kommen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal generell die Preise an, die bei der einen als auch bei der anderen Lösung aufschlagen werden. Fangen wir mit der Vermietung an. Wenn ich mir also ein Wohnmobil mieten möchte, zahle ich in der Regel pro Tag eine gewisse Pauschale. Und diese Gebühr richtet sich zum einen danach, welches Fahrzeug du dir natürlich holen möchtest. Also wie groß ist das Fahrzeug? Holst du es dir bei einer privaten Plattform von einem privaten Vermieter oder holst du es dir von einer großen Reisemobilvermietung? Wie alt ist das Fahrzeug? All diese Themen, aber natürlich auch zu welcher Jahreszeit. Also ist gerade Hauptsaison im August zum Beispiel bei uns in Bayern, da haben alle Ferien und da geht es dann natürlich ab und da ist das auch teurer. Deswegen bewegen sich so die Kosten zwischen 50 und 150 Euro bei diesen Vermietungen, die ich in meiner Vergangenheit eben so gemacht habe. Das alleine ist es aber noch nicht. Bei der Vermietung musst du noch weitere Kosten mitkalkulieren und da rede ich jetzt nicht von Maut und Benzin. Das hast du ja immer, das lasse ich jetzt mal außen vor. Ne, ich rede jetzt eher nochmal von der Versicherung zum Beispiel. Da ist so der Klassiker, du willst die Selbstbeteiligung reduzieren, was ich auch immer gemacht habe. Dann hast du eine Pauschale für die Entreinigung in der Regel, weil in der Regel übergibst du das Fahrzeug dann Besen rein und die Vermietung übernimmt dann wirklich die Entreinigung, weil denen das dann auch lieber ist, weil die wissen, dass sie das richtig machen. Dann hast du in der Regel nochmal eine Pauschale für die Übergabe und so weiter. Dann musst du vielleicht Geld mit einkalkulieren für die Ausstattung, also sprich zum Beispiel für die Schläuche, für die Gießkanne, für die Auffahrkeile, für Geschirre, für Campingstühle für draußen, Campingtisch und so weiter. Je nachdem, was du da eben alles haben möchtest, Fahrradträger ist auch immer so ein Klassiker. All diese Themen können natürlich zu Zusatzkosten führen und das sollte man natürlich in der Rechnung auch mit einkalkulieren. Naja und der wichtigste Punkt ist natürlich noch die Kilometer, die du fahren darfst. Wie immer bei einer Autovermietung hast du da einfach eine gewisse Anzahl an Kilometer pro Tag frei, also für diese Pauschale, die du bezahlst. Wenn du jetzt aber vorab schon weißt, du fährst weitere Strecken, längere Touren, dann sollte man das vorher mit dem Vermieter abklären, damit man auch genau weiß, was am Ende auf einen zukommt. Und jetzt schauen wir uns im Gegenzug mal an, was das Ganze kostet oder was für Kosten ich habe, wenn ich mir ein Wohnmobil kaufe und das ist mal ganz klar, da habe ich die Initial, also die Anschaffungskosten. Und das kommt dann natürlich auch wieder darauf an, kaufe ich mir ein neues Wohnmobil, das geht so ab 40.000 Euro los. Ich glaube so der Durchschnitt, den ich mal gelesen habe, pro verkauften Wohnmobil liegt so bei 72.000 Euro. Nach oben hin sind natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt, das wisst ihr selber. So und der andere Punkt ist aber natürlich auch, dass du dir so ein Fahrzeug natürlich gebraucht kaufen kannst. Das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich habe auch mal so ein bisschen rumgeguckt, also ich finde, da gibt es schon richtig coole Sachen ab 15.000 bis 18.000 Euro. Da kann man also auch, glaube ich oder hoffe ich, richtig glücklich werden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn du handwerklich begabt bist, dass du dir ein Fahrzeug holst, einen Lieferwagen zum Beispiel und den selbst ausbaust. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Kanäle. Ich bewundere die Selbstausbauer. Das wäre echt mein größter Traum, aber ich bin da einfach handwerklich nicht so wirklich geschickt. Aber das ist natürlich auch nochmal eine Lösung, wo man sich auch am Ende nochmal eine Menge, Menge, Menge Geld sparen kann. Und damit alleine ist es aber natürlich noch nicht getan. Da kommen dann noch Kosten dazu für den Stellplatz. Das hatten wir vorher schon mal in diesen Vorteilen. Also ich muss ja dieses Wohnmobil auch irgendwo unterstellen, wenn ich nicht damit fahre. Ob das eine Garage ist, was natürlich top wäre, die aber recht teuer ist, in Städten fast unmöglich ist oder ob es ein Stellplatz ist. Des Weiteren kommen natürlich Kosten, laufende Kosten für ganz klar Versicherungssteuern. Dann hast du aber auch Kosten, die weniger kalkulierbar sind für die Instandhaltung, also Servicegebühren für den Motor, Instandsetzung, wenn irgendwas mal kaputt ist. Also all das sind natürlich auch Kosten, die auf dich zukommen. Und dann hast du beim Wohnmobil natürlich noch weitere Kosten und zwar nicht Kosten, die sich auf das Fahrzeug selber beziehen, sondern eher dann auf die Wohneinrichtung. Ich spreche mal an, was wir uns ja auch schon mal angesehen haben in einem Video, das ich gemacht habe. Den Wassertank sollte man einmal im Jahr reinigen. Das ist natürlich nicht nur mit Zeit verbunden, sondern auch mit gewissen Kosten verbunden. Des Weiteren musst du eventuell mal die Toilettenkassette ersetzen oder die Brille ersetzen. Das ist auch ein Thema, das hatten wir gerade erst letzte Woche. Also das sind alles Themen, die du natürlich auch mit einkalkulieren musst, denn irgendwas geht immer mal kaputt. Das ist ja zu Hause auch nicht anders. Und da muss man dann natürlich auch für die entsprechende Reparatur sorgen. Kommen wir jetzt aber zu der Kostenrechnung, zu diesem Beispiel, dass man das mal so ein bisschen gegenüberstellen kann. Und da habe ich auch ein bisschen rumgeguckt, weil am Ende, glaube ich, kannst du nicht sagen, das eine rechnet sich mehr als das andere. Das ist am Ende, glaube ich, bin ich ganz fest überzeugt, eine emotionale Entscheidung. Keiner wird sagen, ich kaufe mir ein Wohnmobil, weil sich das für mich eher rechnet, als eins zu mieten. Man sagt das vielleicht, aber ich weiß es nicht. Ich habe mal geguckt. Der ADAC sagt zum Beispiel, ein Wohnmobilkauf renziert sich erst, wenn man mindestens sechs Wochen im Jahr mit dem Wohnmobil auf Reisen geht. Ich habe das mal auf mich wieder gespiegelt, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn wenn du ein Wohnmobil vor der Tür stehen hast, dann sind sechs Wochen Wohnmobilurlaub relativ einfach zu bekommen oder zu machen, weil da fährst du auch einfach mal über ein Wochenende weg. Dann ist da mal wieder ein verlängertes Wochenende. Dann bist du mal zweieinhalb Wochen in den Sommerferien weg. Dann bist du da nochmal eine Woche weg und da nochmal eine Woche weg. Da gehen sechs Wochen rucki zucki. Aber wenn du dir das mietest, dann ist das gar nicht so einfach. Und ich habe mal geschaut, wie ich das früher gemacht habe, bevor ich dieses Wohnmobil hatte. Ich habe mir, wie gesagt, die letzten Rechnungen angeschaut. Ich hatte bei der letzten Rechnung, das war allerdings, muss ich dazu sagen, in den Sommerferien, hatte ich einen Alkofen von Eura und hatte den 14 Tage und der hat gekostet 124 Euro pro Tag. Sprich, das sind also 1736 Euro. Dann kamen bei mir laut Rechnung nochmal 300 Euro für die Servicepauschalen dazu. Und Mietgeschirr und sowas hatte ich nicht. Also insofern war das alles, wenn ich das jetzt mal umrechne, auf vier Wochen, was man nicht so ganz machen kann, weil du natürlich bei 14 Tagen wieder einen günstigeren Tagespreis kriegst, als wenn du nur eine Woche mietest. Aber dafür war ich nicht immer nur in der Hauptsaison unterwegs. Also, um es kurz zu machen, ich habe dann im Jahr, in dem letzten Jahr, wo ich gemietet habe, 4072 Euro gezahlt für vier Wochen Wohnmobil. Und wenn ich jetzt mal annehme, ich hätte mir ein vergleichbares Eura-Wohnmobil gekauft von Alkofen, habe ich jetzt auch mal recherchiert, da würde man wahrscheinlich für 40.000 Euro einen Gebrauchten kriegen, der dann schon zwei, drei Jährchen alt ist, aber alles gut ist und wo man sagt, damit hat man ein gutes Gefühl. Der hätte also 40.000 Euro gekostet und da könnt ihr es euch jetzt selber ausrechnen. Wenn ich danach einfach nur gehe, dann kannst du sagen, okay, da rechnet sich so ein Wohnmobilkauf nach ein bisschen weniger als zehn Jahren. Das wiederum, finde ich, kannst du aber auch wieder nicht so stehen lassen, weil das stimmt am Ende einfach nicht. Denn, ich habe es ja vorher auch gerade gesagt, wenn du dein eigenes Wohnmobil hast, dann bist du damit auch viel öfter auf Tour. Und damit, glaube ich, können wir überleiten zu meinen persönlichen Erfahrungen. Wir haben halt jetzt einen kleinen Sohn und sagen, das ist für uns die perfekte Reiseform. Wir müssen nicht irgendwo hinfliegen. Es gibt in der Nähe so viel zu sehen und das macht uns gerade richtig Spaß. Das ist einfach so eine Phase für uns und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ein Wohnmobil ist immer eine Phase, weil je nachdem, wie viele Leute mitreisen, welche Länder du bereisen möchtest, brauchst du am Ende vielleicht auch unterschiedliche Fahrzeuge. Um aufs Thema wieder zurückzukommen, ich habe es dann so gemacht, dass wir unterschiedlichste Fahrzeuge einfach mal gemietet haben und ausprobiert haben. Und wirklich dieser Prozess, dann ein Fahrzeug zu kaufen, das hat bei mir zwei Jahre gedauert. Also wir haben wirklich ganz viel überlegt, welchen nehmen wir und dann haben wir da wieder rumprobiert. Dann waren wir auf Messen, da haben wir uns die verschiedensten Grundrisse angeguckt. Ich habe natürlich ganz viel YouTube geguckt und habe geschaut, okay, wie sehen denn die ganzen Grundrisse aus, habe mir die Roomtours reingezogen. Also ich habe mir da Informationen reingepfiffen, das war Wahnsinn und dieser ganze Prozess hat wirklich zwei Jahre gedauert und ich glaube, das ist auch normal, wenn du mit Wohnmobilisten sprichst, dann hörst du das oft, dass dieser Kaufprozess ein ganz, ganz langer Prozess war. Und ich kann nur sagen, für uns war er richtig. Wir nutzen dieses Wohnmobil heute sehr, 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 sehr viel. Das liegt daran, dass ich, wie ich es vorher gesagt habe, jetzt nicht nur ständig damit in Urlaub fahre, das machen wir gerne. Aber wir nutzen das Wohnmobil vor allem für Wochenendreisen, einfach auch ganz in der Nähe. Ich habe neulich auch das Landvergnügen angesprochen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich nutze es vor allem für, ich nenne es immer Business Camping, also wenn ich beruflich unterwegs bin, du kannst es halt ideal mit deinen Lieblingssportarten verbinden. Also ich gebe euch ein Beispiel, ich fahre von München aus jetzt zum Beispiel nach Salzburg, habe da morgens um 10 Uhr einen Termin, dann könnte ich jetzt natürlich morgens um 8 Uhr losfahren in München und wäre super pünktlich in Salzburg. Wäre vielleicht ein bisschen gestresst, wenn die Autobahn zu war, aber alles wäre gut und ich könnte einen Termin machen. Jetzt mache ich so, dass ich einen Tag vorher mit der Familie gemütlich Abend esse und dann mache ich mich auf den Weg mit dem Wohnmobil, stelle mich irgendwo in die Berge und je nach Wetter, latsche ich dann morgens um 4 Uhr schnell auf den Berg und mache mit dem Gleitschirm einen Abgleiter oder ich fahre vielleicht nochmal 2 Stunden Mountainbike, wenn das Wetter das anders nicht zulässt, dusche mich dann in meinem Fahrzeug und ich lache meinem Kunden dann ganz anders ins Gesicht und der Termin, der gehört mir, das verspreche ich euch. Und das, das lebe ich, das nutze ich, das macht mir so viel Spaß und das konnte ich vorher mit dem Mietfahrzeug nicht. Insofern komme ich locker auf diese 6 Wochen Camping, ich komme auf mehr Campingnächte im Jahr, aber es ist halt nicht alles Urlaub, sondern das ist für mich auch einfach mal, wie gesagt, so ein Business Camping Trip, das sind für mich ganz viele Wochenendtrips, das ist für mich aber auch, wie ich es in der Einladung schon mal gesagt habe, einfach mal zu einer Party fahren, dort was trinken und dann einfach hier im Auto schlafen und am nächsten Tag nach Hause fahren. Das sind alle Sachen, die konnte ich vorher nicht machen und die liebe ich und die lebe ich auch und dann ist, glaube ich, ein Kauf richtig cool und dann rentiert sich es auch und dann macht es einfach auch Spaß, ich komme da gleich wieder ins Schwärmen, dann ist das eine richtig tolle Geschichte. Und es ist halt momentan auch so, und das ist die letzte Geschichte, die, glaube ich, schon noch wichtig ist, ich glaube, du kannst momentan auch sehr preiswert finanzieren lassen, das ist gerade sehr angenehm. Und es ist halt so, dass im Vergleich zum normalen Pkw so ein Auto einen relativ ringen Werteverfall hat. Das ist ekelhaft für die Leute, die sich ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen wollen, aber natürlich gut, wenn du dann einmal so ein Auto im Besitz hast und dann später wieder verkaufst, ordentlich damit umgehst, dann kriegst du richtig guten Preis wieder zum Verkaufen. Und das ist vielleicht auch noch mal ein Aspekt, den man sich einfach mal durchrechnen sollte. So, und jetzt habe ich euch aber noch zwei, drei Tipps versprochen, also einfach Gedanken von mir, die ich auch noch habe, die ich euch auch noch ans Herz legen möchte. Also der erste Tipp ist mal ganz klar, bevor ihr kauft, immer erst mieten und zwar verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Grundrisse, alles einfach mal ausprobieren, damit ihr dann wirklich für euch euer Baby kaufen könnt. Das nächste ist, habe ich auch schon angesprochen, was ich richtig klasse finde, denkt auch einfach mal dran, ein Fahrzeug irgendwo auf einer Insel zu mieten oder wie ich es vorhin gesagt habe, in Portugal zu mieten. Einfach mal ins Ausland zu reisen und dort erst das Wohnmobil zu mieten. Das ist auch eine ganz, ganz spannende und interessante Art Urlaub zu machen. Ein weiterer Tipp, den ich euch beim Mieten mitgeben möchte, ist, wo mietet ihr dieses Fahrzeug? Und da meine ich jetzt gar nicht, ob privat oder auf einem großen Bekanntenreisevermieter, das müsst ihr für euch entscheiden. Da muss man auch verschiedene Erfahrungen, glaube ich, einfach machen. Nein, ich meine es anders. Angenommen, ihr seid auf die Ferien angewiesen, dann werdet ihr das unangenehme Erlebnis haben, dass natürlich die Fahrzeugmiete dann zu diesem Zeitpunkt auch entsprechend teurer ist. Aber wenn ihr vielleicht in der Nähe eines anderen Bundeslandes lebt, wo gerade keine Ferien sind zu der Zeit, dann überlegt euch mal, ob ihr nicht dort das Fahrzeug mieten könnt. Also guckt euch das genau an, weil lieber fahrt ihr zwei, drei Stunden in ein anderes Bundesland, die noch keine Ferien haben, mietet euch da das Fahrzeug und spart euch da eine Menge Kohle. Und den letzten Tipp, den ich euch oder den letzten Gedanken, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr darüber nachdenkt, das Auto zu kaufen, kann es natürlich auch Sinn machen, über diese privaten Plattformen, über die wir ja schon gesprochen haben, das Auto auch wieder zu vermieten. Muss man allerdings der Typ für sein. Ja, das waren also alles so meine Gedanken zu dem Thema, kaufe ich oder miete ich? Ich glaube, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Mich würde aber sehr interessieren, was ihr davon haltet. Schreibt also super gerne in die Kommentare, auch wenn ich hier noch Sachen vergessen habe. Wie gesagt, das waren jetzt einfach nur meine persönlichen Gedanken zu diesem Thema. Was ich allerdings machen würde, ist, ich würde auf meiner Webseite eine Checkliste für euch installieren, wo ihr entweder, wenn ihr ein Fahrzeug mieten wollt, seht, worauf ihr achten sollt, aber auch dasselbe, wenn ihr ein Fahrzeug kaufen wollt, worauf man achten sollte. Und umso mehr Tipps und Kommentare ich da von euch bekomme, umso mehr helfen wir am Ende den anderen, die sich diese Listen natürlich wieder runterladen, denn ich würde die natürlich entsprechend ergänzen und erweitern. Und wenn ihr sagt, vielen Dank, Markus, hat mir ein bisschen geholfen, dann lasst super gerne ein Like da. Das freut mich immer riesig. Ja, und dann habt ihr es ja vielleicht mitbekommen. Ich war auf einer ganz, ganz tollen, spannenden Tour und da werde ich ab Mittwoch meine ersten Videos dazu auf YouTube hochladen können und werde natürlich auch auf Instagram, auf meinem Account die entsprechenden Bilder posten, weil da habe ich wirklich ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt und werde euch da natürlich super gerne teilhaben lassen. Deswegen lasst auch sehr gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo da, da freue ich mich immer riesig drüber. Drückt doch auf die Glocke, dann verpasst ihr keinen Film, wenn denn wieder von mir ein Film hochgeladen wird. Wie gesagt, diese Woche ist eine Ausnahme, da wird es Mittwoch schon eingeben, ansonsten sehen wir uns wieder am Montag um 18.30 Uhr. Und deswegen würde ich jetzt sagen, egal ob ihr ein Wohnmobil kauft oder ob ihr es mietet, ich wünsche euch immer ganz, ganz tolle Reisen und kommt gesund und glücklich wieder zurück. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Bis dahin, euer Markus, macht's gut, ciao.